Die Linke zum Gruß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Fahrlässig Motorrad. Ihr hört schon viele Motorengeräusche im Hintergrund. Wir sind wieder unterwegs auf dem Touratec Active Adventure 2022. Auch hier war das Wetter natürlich nicht so ganz prickelnd, wie ich beim vorherigen Video schon gesagt habe, hat es leider das ganze Wochenende lang durchgeregnet. Allerdings hat mir trotzdem Spaß. Man sieht es hier, herausfordernde Passagen für einen Anfänger. Aber nichtsdestotrotz haben wir alles gemeinsam. Was ich heute mit euch teile, ist tatsächlich ein Video, das meine favorisierte Station an dem ganzen Wochenende beinhaltet. Ihr werdet gleich sehen, warum es hat so viel Spaß gemacht. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und deswegen nehme ich euch gerne mit auf dieses Erlebnis. Hier ging es tatsächlich steiler bergab. Ich habe gerne immer hier einfach das Bremsenblüt, wenn es so weit runter geht. Guckt, wie viel Grip hat denn der Reifen und was passiert, wenn ich da Vollgas gebe. Beziehungsweise wenn ich mal richtig krass brenne sehe. Und was ich jetzt euch teile, ist tatsächlich, ihr seht es im Hintergrund, so ein richtig toller kleiner See. Der war auch schon angesagt. Und beim ersten Mal durchfahren ist es natürlich immer so eine Hausnummer. Ihr merkt es gleich, wie ein Tief, der eigentlich ist. Auch wieder natürlich so ein gewisser Anfängerfehler. Man sollte ein bisschen schneller durchfahren, denke ich. Weil wenn man irgendwie stecken bleibt und umkippt, dann versäuft die Karre. Deswegen habe ich da später auch richtig Spaß gehabt, da richtig durchzuflitzend, sage ich euch ehrlich. Hier hat tatsächlich einfach mein Hirn mal wieder richtig ausgeschaltet. Man sieht diese groben Bröckchen links und rechts, aber im Laufe der Zeit, ihr seht es bei meinem Bruder, man kann schon deutlich schneller runterfahren und es war tatsächlich unterm Strich kein Problem mehr. Aber bei mir war einfach, naja, als Anfänger, wenn man sowas sieht, ist es nicht so ganz einfach. Deswegen habe ich einfach vorsichtig getan. Unterm Strich war es einfach ein sehr, sehr großer Steinbruch, der riesig viel Spaß gemacht hat. Den gab es auch 2023 und da war der trocken und da könnt ihr euch vorstellen, wie es dann natürlich angeht. Hier war der Boden sehr, sehr gut. Und ihr merkt, wie ich auch jetzt, wenn wir mal ein bisschen Gas geben, um das Ganze rauszutaschen, dass er wohl schlammig war oder nass war, war es relativ gut zu verkraften. Hier war eine Stelle, dass, ihr merkt, bei meinem Bruder, der struggelt auch tatsächlich. Na ja, einfach Momenten mitnehmen, was geht. Also auch hier wieder mit geschmeidigen Gashand einfach durch im Bruder und dann ging das. Genau, also ich bin immer wieder am Täschen, am Ausprobieren und so weiter. Auch hier haben wir wieder die ganzen Zweitakter vor uns, die natürlich richtig viel Spaß haben. Das war jetzt die rote, die etwas noch steiler hochging. Aber an dem Wochenende habe ich tatsächlich immer nur die gelbe gemacht, weil ich gesagt habe, ich will einfach nur irgendwie durchkommen. Also ihr merkt auch schon an dem Aufbau dieser Strecke hier sind auch wirklich noch die ganzen Fahrzeuge. Und deswegen finde ich die Leistung vom Touratec Active Adventure Team dermaßen super, weil wir hier wirklich die Möglichkeit haben, auf privaten Gelände zu fahren. Das ist natürlich echt hervorragend. Hier wieder bergauf, richtig schön Gas geben. Das hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Wir haben sie dieses Jahr 2022, 2023, haben sie sehr, sehr viele Keys aufgeschüttet. Da hat dann der Reifen auch nicht arbeiten müssen, aber hier in dem Bereich, da hatte man dann auch wirklich Spaß. Hier war dann einfach wieder ein bisschen so, naja, durchkämpfen, einfach angesagt, Spurwellen, Schlamm, tieferer Schlamm, war alles dabei. Da musste man einfach ein bisschen Gas geben, damit das hängt auch ein bisschen besser rumkommt. Aber das Ganze haben wir einfach nur zum Sitzen in die Mahlstadt. Na, ging das tatsächlich schon. Jawoll, genau. Also, wir haben Bruder natürlich mal wieder mit geschmeidiger Gasthand angefahren. Da bekommt man natürlich den einen oder anderen Deckbohlen auch sicherlich mal Richtung Gesicht geschleift. Ja, herrlich, ich sag's euch. Jawoll. Traktormodus. Genau, also das war tatsächlich nicht so schwierig. Hier kam dann nur die Spurwellen, das war dann richtig matschig. Da musste man auch drumbleiben, weil wenn man ins Gras gekommen ist, das war dann einfach eine andere Hausnummer. Ihr seht's hier richtig, wie wir beide so richtig am Straucheln sind. Jawoll, und einmal der Berg wieder runter. Da war natürlich einfach angesagt, irgendwie hinten am Bruder dranbleiben. Aber ab und zu ist er halt wirklich etwas schneller unterwegs wie ich selber. Deswegen, ich glaube, hier einfach das Ganze mit Vorsicht zu genießen, übermütig sollte man nicht sein. Genau, wir haben natürlich immer nach der Roten gute Ausschau gehalten, weil das waren in der Regel immer Abzweigungen. Und deswegen haben wir uns dann auch gerne mal umgeguckt, wo es denn noch so Strecken gibt. Im Laufe der Zeit merkt man natürlich auch, dass man ein bisschen mehr selbstbewusster wird bei der ganzen Sache. Jawoll, ja, richtig schön. Ja, jetzt macht's richtig Spaß. Ihr merkt schon, man gibt ein bisschen mehr Gas. Man versucht das Wasser noch höher und höher zu bekommen. Ich hab tatsächlich mal nachgeguckt, also, das ist eins der großen Vorteile bei der S650GS. Der Luftfilter ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschützt, weil der sehr weit oben angebracht ist. Deswegen kann man da wirklich tiefere Gewässer in der Regel problemloser durchfahren. Ich denke, wenn man das auch so eine gewisse Höhe annimmt, wird's auch fehlt. Das war praktisch. Da haben wir wieder die paar Steinchen vom Bruder von vorne abgekriegt. Also, da war einfach immer bis hier zu und... Ihr merkt es einfach in der zweiten Runde, das läuft schon viel, viel Füß. Der Spaßfaktor baut sich viel, viel schneller auf. Deswegen war das eins meiner Favoriten, wenn man gesagt hat. Und hab nicht lange gebraucht, um da reinzukommen. Der Kripp, der war eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich finde es, dass es nass war, ehrlich gesagt. Und auch hier abwärts oder sowas überhaupt gar keine Probleme. Ja, das war natürlich immer so die Brüder-Moves. Großer Bruder fällt voraus und guckt dann immer nach hinten, ob er den kleinen Bruder auch irgendwie abschließen kann. Das war immer so ein lustiger Moment. Ja, dafür hat mein Bruder dieses Jahr 2023 wahrscheinlich gemerkt, ich musste vom Gas gehen. Das sind die guten alten Brüder-Aktionen, jawohl. Ja, das ist ja heiß, ja. Falls sich jemand wundert, was ist eigentlich da vorne im Display rot blinkt, das ist zum Glück nicht die Motorleuchte oder ähnliches, sondern einfach nur das ABS, das abgeschalten ist. Im Offrock-Bereich sollte man, wenn es geht, kein ABS verwenden. Es gibt natürlich auch so eine Enduro-ABS in den neueren BMWs. Aber wenn ich hier beispielsweise das ABS verwenden würde, dann würde ich einfach fast schon ungebremst den Berg runterrutschen. Und deswegen mache ich das da gerne aus. Und das ist tatsächlich eines der Punkte, die man bei der F650 auch machen kann. Zum Glück während der Motor läuft. Man muss es verangehalten haben, aber alles gut. Ja, der Kollege, der fährt natürlich auch mit seinen kompletten Koffern. So ist es richtig. Man muss sich auch auf seinen nächsten Urlaub vorbereiten. Ja, die Momente, wenn der Bruder einfach mal wieder den Gashahn auftritt. Also ihr merkt natürlich schon, wir haben jetzt hier auch einen BMW-Fahrer vor uns, der jetzt auch nicht so furchtbar schneller ist. Und ich sage, da hat natürlich jeder ein bisschen zum Kämpfen gehabt. Das war herausfordernd, aber es war super gut machbar. Auf jeden Fall. Ja, zu viel. Was ich ganz ehrlich hier nochmal betonen muss, ist wirklich die Freundlichkeit unter den Fahrern. Und man hat hier super viel Platz. Jeder kann jeden überholen, das ist ganz klar. Aber es gibt keine Fahrer, die jetzt irgendwie völlig drängeln und immer Vollgas geben möchten und lauter so Sachen. Deswegen, die warten in der Regel oder fahren einfach gemütlich hinter dir. Dann muss man jetzt auch nicht super schnell machen. Hier merkt man auch, dass die Leute relativ langsam am Anfang der Durchfluss gefahren sind. Also man merkt jetzt, wie natürlich der Spaßfaktor deutlich gestiegen ist. Das war natürlich auch eine Challenge für mich. Und auch hier geht es schon deutlich rasanter wie am Anfang runter. Man merkt, umso öfters man das Ganze fährt, umso selbstbewusster wird man. Natürlich muss man bei der ganzen Sache aufpassen, dass man jetzt nicht zu ungemütig wird. Aber in der Regel funktioniert das Ganze schon sehr, sehr gut und vieles ist einfach nur Kopfsache. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wie gesagt, mir ist es wichtig, das Ganze einfach transparent darzustellen. Mein Bruder versucht jetzt hier einmal über die rechte Seite auch sich nochmal richtig schön einzugraben. Das sind natürlich alles so Momente, die super, super viel Spaß machen. Da wird einem extrem warm, obwohl es geregnet hat. Also wir sind hier auch im Sommer, von daher ist das kein Problem. Und für einen kurzen Moment kann man sich da wirklich auf seine Maschine, auf sich selber konzentrieren. Man kann Sachen üben, man kann Sachen abrufen, die man im Training gelernt hat und, und, und. Deswegen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch super gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fahndet. Hinterlasst eure Eindrücke. Hinterlasst, was ihr toll fahndet, was ihr schlecht fahndet. Und teilt das Video gerne weiter, weil ich finde es wichtig, dass auch jeder Anfänger das mal gesehen hat. Das, obwohl ich im Motor und im Kana nicht langsam fahre, ich tatsächlich auch als Motorradfahranfänger im Offroad-Bereich zu struggeln haben. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, das Ganze einfach transparent für euch darzustellen. In diesem Sinn, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Weitergucken. Ich lasse noch ein paar Minuten laufen und in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.